hallo herzlich willkommen zurück zu unserem let's play daisy der dominik ist auch wieder dabei wie immer mehr langweilig und ich glaube wir kommen in dieser aufnahme auf die 100 auf also auf die 100 parts es ist ja quasi dann gibt es gleich noch ein neues feature dabei das ist ja wahnsinn wenn es denn technisch funktioniert hat sagt eigentlich dein charakter was hunger durst und so und hydrated ich glaube es gibt eine neue anzeige im inventar was dann healthy mein charakter ist healthy seit wann ist denn das deutsch wie das ist das deutsche umgebung in sechlau ich werde ich werde wahnsinnig aber noch nicht alles fehlt noch jede menge ja es ist jetzt nur so dass die ganzen beschreibungen sind noch auf englisch aber halt du hast gesagt dein charakter ist hungrig ja dann werfe ich dir mal ein bisschen reis auf den boden du bist du bist du draußen wenn ich bin noch meinen shop zurückgegangen der reis liegt hinter dem genau unter dem regal da welches ding braucht denn die machen und spekt nicht soja neues technisches feature wir versuchen uns an ach nee das regnet ich bleibe hier drin kommt hierzu aber ich glaube ich renne da erstmal mein video komplett dann renne ich dein video komplett und dann lege es übereinander weil ich da nicht so viele einzelne videodateien haben wie ja es klingt zumindest mal nach dem plan und gar mein erst hilfekasten oder ich renne da dein video ich muss sowieso noch sehen wie wir das gucken da liegt noch mit lehrern also ich sollte vielleicht mal noch essen ich muss sowieso mal sehen wie ich das am besten mache mit dem transfer der daten alle kann ja schon ziemlich groß werden darf ich das fertig eaten alles ich hätte noch eine dose ja wir haben bisher glaube ich noch nie in der dunkelheit gespielt also ich möchte jetzt gerne schon nie auf dem server bleiben in der dunkelheit hat aufgehört zu regnen es hat geregnet habe ich doch gerade gesagt ist es richtig zugehört du hast noch drüber gelacht echt nein so ich pack mal die warum bist du hält sie ich bin nicht hält sie das tülchen aus gehen wir doch mal sehen ein tag is wing from the cantine ich habe gerade der junge schon gerade erzählt dass ich mich noch mal ein bisschen schlau gemacht hat was autos angeht und ich glaube beim letzten mal als wir dieses eine auto starten wollten aber nicht konnten hat uns nur die glühkerze gefehlt das ist bei so einem diesel davon gehe ich mal aus was ist das denn ist ja geil was hast du gefunden eine shotgun mit pistolen griff ich habe noch eine trumpet auf dem rücken das ist ja lieber kaliber 22 bist du bist du links oder rechts hingelaufen bin vom shop aus nach rechts gelaufen da hinten ist das für eine munition brauche ich denn dafür eigentlich ich hoffe mal das ist diesmal ein bisschen mal für 15 frames haben wir hier ich würde mal gelten wie viel uhr es ist das ist hier im auto drin nisch ein helm ich habe ja schon haben kann es auch ein helm auf ziehen ist sie kakao ist aber station schade das wird nicht aufgenommen ja wo war denn die polizeistation ist auf der rechten seite ach da man ich sehe jeden scheiß trick knicklicht ich habe keinen bock mit dem ding herum zu laufen weil dann bin ich sowieso kanonfutter bist du an einem auto vorbeigelaufen ohne es aufzumachen ja ich war geil auf die dinge ist ja noch polizeistation ja so links an mir das ist ich mache hier mal bei mir licht aus ich kann mein licht leider nicht ausmachen weil mr turtle sonst terror schiebt kommt davon wenn du das zwölftausend watt leuchte hast mindestens die quasi heller strahlt als die sonne uniform check das ist ein stum baton habe ich auch was ist du denn habe ich überhaupt nein weil ich habe ich hosen an weil es ist halt die uniform pants halt genauso zu dem uniform jacket passen das konnte ja sein dass das so ein jumpsuit ist oder so was ich habe glaube ich probleme gerade mit meiner waffe welche meine pistole der will naja jetzt hat es eingesteckt hier sind noch mal hier die fans die haben sechs fächer wenn du bock drauf hast wieso kann ich die da nicht inspekt die universal flash light ja passt aber nicht auf meine pistole universal in der exo studios production crash bandicoot was ist das satt geklingelt ich könnte mal eigentlich meine axt ausrüsten nur für den fall der fälle dass ich auf jemanden einprügeln muss hier liegt eine pm 73 rak was ist das heute liegt ein mützchen ein jetzt hast du die eingepackt ja weil ich dafür weil ich dafür munition habe aber habe ich da vielleicht auch noch ein das ist das falsche magazin hier hinten liegt ein magazin mit 25 25 was die bitte für die bist du hast die pistole dahin gelegt ja ich habe das da drauf gezogen da hat es nicht funktionieren dann ist es wohl nicht für die pistole inspekt magazine vor mp 73 rak liegt da auf dem tisch darf ich denn dann auf dem tisch liegt das drauf ach da darf ich die die shotgun bis pistol grip haben ja nämlich dann habe ich eigentlich zwei p1 pistole dafür habe ich ja keine munition munition so das heißt ich kann jetzt auch jedem darum laufen stark ich glaube die cr 75 ist besser als die p1 kann ich dann dran basteln das wäre noch stärker kannst du das nicht dankeschön was denn das ist jetzt hingesteckt egal das ist meine pistole hin die shotgun auch nicht die pistole da ist die vielleicht genommen da ist war das meine waffe ich habe das shotgun ich hatte nur shotgun bei mir die habe ich da hingelegt und habe diese warum sieht die mp133 genauso aus das ist jetzt alles auf deutsch aber der rest ist kacke egal ich verlasse diesen raum mp5 auch hier ist ein magazin mp5 magazin ich habe ein magazin jetzt sind 15 komm ich nehme ich nehme die dings hier mit was denn jetzt die mp5 ich nehme die mp5 dann holt er hier das moment das wird man voll ja aber das kann man ja rausschneiden so ich nehme mal hier das magazin mit ich habe die waffe hinten hingelegt und habe das magazin mitgenommen wenn du möchtest kann ich dir das magazin wieder geben also das andere magazin was wir eben vom tisch genommen ja doch genau genau wie die komplizierte händler kommen mit los hier in räumchen pack ich da so da müsste jetzt magazin mit drin sein in der waffe ja ja die brauch punkt 3 80 kann ja gut dann lege ich dir noch ein bisschen mission ja auch ein bisschen eben noch ein sack ja was soll ich heute mal gucken wir noch wir sind ja nur zu 1 2 3 4 5 anti-stab west aber wieder was nicht die hatte ich das letzte mal die habe ich dann weggeschmissen ich habe eine anti-stab west die habe ich schon an nuestro bbum owo wo 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 ne richtung dach die haben kann mir was das denn hier ein mp5 plastik handgard dingens kann man knickte ich da schmeißen das weiß ich nicht Ich will das jetzt nicht knicken. Vor allem nicht hier oben auf dem Dach. Ich wollte das gerne mal da runterschmeißen. Ja, kannst du knicken. Ach, wieso kann ich das denn nicht abnehmen hier? Ach, jetzt auf einmal geht's? MP5 Plastik Handguard. Ja, den würde ich gerne austauschen. Jetzt habe ich ihn in die Hand genommen. Also den kaputten. So, lass den mal fallen, genau. So, jetzt. Also das ist in der Zeit. Bin jetzt kaputt. Ich habe Bier getrunken. Ich habe Bier getrunken. Oh, der Ding hier. Weapon Flashlight. Kann ich jetzt auch drauf packen? Nein. Testen wir doch mal. Nein, da nicht. Da auch nicht. Aber das ist auch Damage, also. Vielleicht ging es daran. Nee, dann ist es ja ruined. Dann passt es einfach nicht drauf. Wah, ich höre aber auf, jetzt ist es zu rennen, ey. Ey. Du musst Treppe rennen. Das ist ganz unten? Ja. Das liegt da noch am Boden. Baton? Ein Stun-Baton, schätze ich mal. Mhm. Ich bin da in einem schönen Rucksack. Bäh. So, ich lege mich mal auf eine Fresse und dann tritt sie voll zwischen die Beine. Leg dich hin, Mädel. Man kann es sich nicht hinlegen. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Wo wollten wir denn eigentlich hin? Wo sind wir überhaupt? Ins Land. Das machst du drauf. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Nice. Neues Looten. Aber vielleicht ist es dann auch hell. Das kann auch sein, ne? Das wäre ganz nett. Du machst sehr rhythmische Bewegungen gerade bei mir. Lass mal gucken, was du bei mir machst. Du hast die Axt erhoben und das war's. Jetzt kniest du da. Ja, du. Ich weiß nicht, was du da machst. Aber ich würde dir zu gerne jetzt mal schießen. Aber ich habe ein bisschen Schiss, dass ich dich dann erschieße. Was machst du denn da? Das ist eine gute Frage. Wo ist denn P? Da ist P. Zu viert sind wir darauf. Ja, eben war immer zu fünft, als ich das, glaube ich, gesagt hatte. Oder ich habe es in meinem Kopf nur gedacht. Das ist auch möglich. Ja. Dann kann ich ja trotzdem mal aufstehen und mal gucken, ob ich einen Straßenschild finde. Ja. 70 Sekunden. Können wir mal ein bisschen rumlaufen hier, ne? Gott, wie der läuft, wenn er die Waffe in der Hand hält. Das ist ja ekelhaft. Oh, was ist das hier? Koa zu 3. Koa zu 3. Warum dauert das so lange? Das hat sonst auch immer 90 Sekunden gedauert. Verbindung zum Horst abgebrochen. Ja, weiter. Spuh ihn. Spuh ihn. Oh, ich würde auch gerne ins Spiel zurück. Ich kann doch... Oh, ich glaube, der Server ist abgekackt. Das ist blöd. Verlauf. Wird mir auch nichts mehr angezeigt. Das heißt, wir müssen einen neuen Server suchen, ne? Ja. Na toll. Das war so ein toller Server. Tja. Gucken wir doch mal. Ich hoffe mal jetzt... Bambiland 2. Ja, ich sehe es auch. Crazy Loot. Hört sich doch gut an. Blue Waffle Attack Force. Fünf Plätze sind noch frei. Ja, willst du wirklich auf so einen vollkommenen Überblick... Ja. Ja, willst du? Das haben wir das letzte Mal auch gemacht. War doch ganz cool. Das ist richtig, ja. Crazy Loot. Wollen wir dann auf Bambiland? Ja. Verbinden. Bambiland.